Liebe Leute, hier ist wieder euer Tommi von Weigelswilder Welt. Schöne Grüße von Helgoland! Ich bin zur Zeit eine ganze Woche lang hier auf diesem wunderschönen Eiland, der einzigen Hochseeinsel Deutschlands unterwegs. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schön das hier ist. Hier gibt es viele coole Leute, hier gibt es viele schicke Vögel, hier gibt es das Meer, hier gibt es Sonne, hier gibt es frische Luft. Es ist einfach nur ein Traum. Mit der langen Anna im Hintergrund, dem Wahrzeichen von dieser schönen Insel, möchte ich euch folgendes mitteilen. Ich bin hier den ganzen Tag unterwegs, gucke Vögel, mache Fotos, mache Filme, treffe Leute und genieße einfach diese Luft und man munkelt, dass sogar zwei bis drei, vielleicht auch vier kleine Völkchen für Weigelswilder Welt hier entstehen werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden auch interaktive Folgen mit dabei sein. Das heißt, ich werde nicht alleine unterwegs sein. Allgeweilig aber in den nächsten Tagen natürlich hier erstmal bin, um zu beobachten, um Fotos zu machen und halt auch zu filmen und einfach zu genießen, wird es so sein, dass die Folgen dann im Prinzip in den nächsten Wochen so tröpfchenweise im Prinzip online gestellt werden. Und vielleicht wird auch schon im Laufe dieser Woche, wo ich jetzt hier bin, quasi eine Online-Game. Genau. Ich genieße jetzt hier erstmal weiterhin die Zeit und sage nochmal ganz, ganz liebe Grüße von Red Rock, dem roten Fels in der deutschen Bucht. Ihr könnt euch freuen. Ciao, euer Tom.